Hallo und herzlichst Willkommen zu einem neuen Update Video hier auf der Osnames6 unter effektiv einem Upload Plan Video wobei Plan die bessere Formulierung wäre weil ich gerade das Video angefangen habe aufzunehmen ohne einen Plan zu haben was ich sagen will nichtsdestotrotz ich habe ungefähre Sachen für die nächsten paar Tage Wochen Monate mir zurechtgelegt was ganz cool wäre noch mal als große Zusammenführung für alle die alles verpasst haben seit nunmehr gestern für mich habe ich Andreas wieder aus meinem Trautenheim glück allein rausgeworfen und ich stehe oder sitze wieder alleine hier habe endlich wieder selber meinen Chefsdessel wo sonst Andreas da mal drauf saß weil er halt längere Beine hat und deswegen den Sessel bekommt den man höher stellen kann das macht Sinn allerdings habe ich jetzt wieder meinen Chefsdessel der ist wesentlich bequemer als das Ding da drüben aber egal darum soll es nicht gehen soll darum gehen dass ich jetzt wieder alleine bin und wieder Singleplayer Let's Face machen kann und wir wieder Zeit zu zweit genießen können ah endlich ich meine der flotte Dreier war geil der versteht mich nicht falsch aber auch mal schön wieder die normalen Sachen zu machen und endlich keinen mehr neben mir zu haben der komisch mit den Augen rollt wenn ich perverse Witze mache oder irgendwelche anderen dummen Flachwitze das ist wichtig weil dafür seid ihr da nicht Andreas so wobei ich immer noch gedacht habe wenn ich dummen Witze mache und er mit den Augen rollt hat man für beide Seiten des Humorspektrums immer jemand der das abdeckt aber unwichtig worum soll es gehen um den Uploadplan der nächsten Tage wie ihr schon gemerkt habt äh Monster Hunter Ultra Hardcore kommt wieder äh warum ich da hinzube weil es gerendert wird momentan und da hinten ist ein Laptop ey der rendert gerade und äh nicht Ultra Hardcore aber Divinity das nämlich äh manche werden es mitbekommen haben zumindest die die mir auf Twitch folgen oder ab und zu mal reingeschaut haben irgendwann innerhalb der letzten zwei Wochen einmal an irgendeinem beliebigen Tag wir haben Divinity gestreamt und nicht gerade wenig und im Gegensatz zu Total War wo ich sage ok gut Total War wenn das passiert das dauert 2-3 Stunden musste Ewigkeiten zugucken wenn ihr interessiert bist kannst du es machen es ist relativ witzig wir haben Spaß dabei ihr vielleicht auch deswegen das auf sie nur live alles gut alles schön Divinity hingegen ist mir über die zwei Wochen so hart ans Herz gewachsen dass ich mir dachte gut was wir da aufgenommen haben wäre sehr sehr schade nicht als jetzt Play rauszubringen das heißt auch wenn es ab und zu mit dem Ton ein bisschen doof ist Andreas vielleicht ein bisschen leise ist und ich ab und zu übersteuere weil wie im Ultra Hardcore angekündigt und gesagt mein Mikrofon jetzt gesponnen hat und da ich es komplett mitbekommen habe äh aber im großen Ganzen ist das ein ich höre es mir ab und zu mal mit an technisch ok bis gutes Let's Play geworden wo ich scheiße viel Spaß bei hatte und was mir wirklich ans Herz gewachsen ist wo ich denke könnte euch auch Spaß machen deswegen will ich das als Display hochladen und äh ich meine ich habe jetzt gefühlt für ein ganzes Jahr Content über die 14 Tage kreiert äh der muss irgendwann hochgeladen werden oder sollte hochgeladen werden das heißt ja ihr werdet wieder von mir zugespampt es tut mir leid also so ein bisschen ähm die habe ich ausgesucht ihr habt mich abonniert sorry so ähm was heißt was ich eigentlich sagen will Divinity wird jetzt auf jeden Fall jeden oder fast jeden Tag einmal täglich kommen ich werde einfach diesen 11 Uhr Slot dafür äh reservieren dann baller ich hoch ist gut oder auch nicht so ähm wie gesagt ich hatte viel Spaß dabei ihr könnt ja mal reinschauen wenn ihr wollt zumindest das Spiel an sich wie gesagt das habe ich auch schon neben diesem Community Tab reingeschrieben ich weiß nicht wer es gesehen hat ähm das Spiel ist unglaublich geil selbst wenn ihr bei mir nicht zuschaut weil ich verstehen kann was ok ist weil das Spiel auch nichts wo man Let's Play zu sehen möchte das kann sein weil es doch sehr textlastig ist sehr storylastig wenig Hardcore Hard Action wobei wenn es abgeht geht es ab aber naja wenn einmal Explosionen da sind ist es ist halt der ganze fucking Bildschirm on fire ähm aber es ist halt ein sehr sehr story driven Game auf jeden Fall das heißt was ich euch auf jeden Fall ins Herz lege selbst wenn ihr mir nicht zuschaut was ok ist probiert das Scheißspiel mal aus es ist scheißegal ich kann es jedem nur empfehlen der so ein bisschen auf Story Spiele steht äh auch wenn ihr mich hasst probiert das Spiel aus jetzt sofort es ist geil so am besten mit einem Freund oder zwei oder drei ich glaube man kann es mit drei Freunden zusammen spielen wäre es mir sinnvoll weil du vier Charaktere spielen kannst Egal probiert es aus mein Tipp an euch nicht mehr ganz Geheimtipp aber macht mal so ähm Ignoriert von mir aus alle meinen Uploads Hauptsache ihr habt Spaß bei dem Spiel weil das geil ist so ähm das heißt tatsächlich Divinity schon mal Entschuldigung fürs To Spam Äh zudem würde ich gerne wieder normale Let's Plays damit machen das heißt zum Beispiel Ultra Hardcore einmal wöchentlich ist gebongt wenn ich das nicht schaffe finde ich irgendwo ein Geigen um mich selbst zu bestrafen selber geißeln hm das Let's Play nein okay also das wäre nicht so gut wie es geht versuchen hochzuladen ähm kriege ich hin weil macht mir auch Spaß und ich will auf jeden Fall bevor ich an Covid sterbe das Ding noch fertig haben das ist wichtig und somit beschloss er seine Unsterblichkeit ähm gut und ähm das bringt mich nur zum eigentlichen Hauptpunkt dieses Videos wir haben einige ähm Optionen eigene Let's Plays die mal oder Let's Test die mal gespielt und gemacht werden müssten zum Beispiel Anubicin hatte während der Streams geschrieben ey yo gönn dir mal mein Geld was ich dir immer wieder gebe mein äh Twitch Prime Abo und hol dir mal Jurassic World Evolution hieß es glaube ich habe ich gemacht dazu wird noch ein Let's Test kommen auf jeden Fall ähm Andreas hat übrigens in dem selben Moment ebenfalls gekauft gehabt und äh dann immer während wir nicht gestreamt haben gesucht hat das Spiel scheint also cool zu sein schau euch auf jeden Fall mal rein ähm danach schon vorher hatte Luca gemeint ey wann kommt endlich mal wieder Dark Souls 3 die Zeit kann jetzt sein ähm und was irgendwas drittes war es auch noch was ich vergessen hatte Scheiße ähm es war auf jeden Fall noch sowas wie wie Monster Hunter mit umgedrehter PSP spielen was vorhin während der Premiere vorgeschlagen wurde wobei ich Premiere immer noch irgendwie komisch fände ja da kommen alle Zuschauer irgendwie zusammen das effektiv ein Livestream wo ich mich selber auf den Chat fokussieren kann ähm aber ich meine anstatt einfach nur der Premiere rumzuhocken könnte ich auch einen Livestream machen und das ist immer noch so ein hä hat euch also die Premiere gefallen war die Frage weil dann machen wir das häufiger ansonsten wenn es euch nicht gefällt dann nehme ich halt mehr Zeit auf da machen neue und bessere Content oder mehr wobei mehr nicht immer besser ist außer bei bestimmten Dingen die mit P anfangen bei Peanut Butter Jelly Time wenn die länger ist macht es mehr Spaß ich hatte diesen Witz vorgelegt und noch kein Ende gesehen that's what she said und deswegen musste ich da halt improvisieren ich komme vom Thema ab ähm also was ich euch fragen wollte was würdet ihr gerne als nächstes sehen ähm an die kompletten Zuschauer was wir euch am liebsten wenn wir jetzt als Let's Play möglichst schnell weiter fortführen würden ähm welches Video wollt ihr am dringendsten wieder sehen ähm brauchen wir uns mal so rum sie werden eh alle kommen deswegen ihr dürft nur die Reihenfolge festlegen oder gibt es noch ein Let's Play was ihr gerne mal sehen wollen würdet jetzt wäre die Chance nochmal Bescheid zu geben und das damit ich das mit einreihen kann so was ebenfalls noch gemacht werden muss und jetzt kommen wir zu der langen Liste von Dingen die ich irgendwann mal noch einführen wollen würde klingt immer sehr schmerzhaft ähm Generations Ultimate äh ganz vergessen das war das dritte Spiel was ich eigentlich ankündigen wollte natürlich auch da war bisher ja so ein mach ich täglich Videos von ähm das wird auf jeden Fall heute morgen übermorgen Zitat Mark Foster ähm gestreamt werden das heißt da können auch wieder die täglichen Parts kommen ähm womit wir schon zwei Sachen hätten die täglich wären äh mal sehen wie es läuft aber zumindest Monster Hunter ich meine ihr seid eine Community die größtenteils Monster Hunter die angekommen ist das sollte okay sein ähm das heißt ich werde versuchen irgendwie wieder äh die Monster Hunter Streams dann als Let's Play hochzuladen äh Pokémon Nasslock wird auf jeden Fall wieder irgendwie mit starten ich habe viel zu viel vor oder? ich glaube dass der Tag noch 24 Stunden hat dammit naja gut und ähm auf jeden Fall ich habe viele Projekte viele Pläne ich wollte nur ankündigen fest ist Divinity auf jeden Fall jeden Tag einmal wahrscheinlich nicht am Wochenende äh A damit man nachholen kann falls man da was man nicht konnte und B weil da dann sowas kommt wie Ultra Hardcore was lange geht zudem könnten da sowas wie halt das Let's Test von Jurassic 2 bekommen oder halt Dark Souls was auch wieder so eine Stunde gehen sollte 45 Minuten bis eine Stunde und ähm das heißt da dann jeden Tag täglich die Videos noch dazu zu haben blowt ab ziemlich schnell as she does wenn ihr einmal in der Beziehung seid was sollte das für ein Witz werden egal ähm ignorieren wir meine eigenen Gedanken das ist meistens Bullshit ähm wie gesagt wenn ich aufnehme kann ich nicht kacken gehen und irgendwie kommt das alles hoch uns im Kopf so ähm so erklärt man den Dünnschlüssel der sich aus meinem Mund über euch ergibt ich komme schon auf dem Thema ab ganz was Neues also ähm 11 Uhr Divinity 15 Uhr Freitag wir hatten uns mal auf Freitag Monster Hunter Ultra Hardcore ähm Premiere war jetzt auf 14 Uhr mit 15 Uhr das Video tatsächlich da ist um Leute nochmal 15 Uhr gucken können schlau überlegt ich weiß Mastermind Big Brain Time ähm ähm zudem Samstag und Sonntag irgendein anderer Scheiß oder Samstag oder Sonntag ähm wie Dark Souls zum Beispiel ähm oder wahrscheinlich nächste Woche dann erstmal Samstag oder Sonntag das wie kein Ratz los mit umgetreter PSP bekämpfen ich habe sehr viel Bock auf diese Challenge danke Kicks Michael für die Idee so ähm zudem kommen wir zum Thema was ihn meist interessieren wird natürlich erst nach 10 Minuten weil dann alle abgeschaltet haben that's how YouTube works ähm Monster Hunter Rise Demo ist draußen Anzeige ist raus ähm sorry hat mich daran erinnert ähm das heißt das wird auf jeden Fall gespielt werden eigentlich wollte ich das jetzt gerade aufnehmen aber irgendwie bin ich gerade müde spätestens morgen werde ich anfangen das aufzunehmen ich lad das Video übrigens jetzt gleich mit hoch damit das möglichst ne YouTuber und Person nun nah ist und so nah am Zuschauer ich sitze literally neben dir wenn du mich nicht siehst ich bin immer bei dir mein Freund danke Mund ähm und äh das hat sich schon runter gedaan habe ich gestern schon gemacht habe voll Bock drauf ähm bin nur gerade hungrig und müde wenn der Körper sagt wenn der Geist willig ist aber der Körper sagt ne ne deswegen lieber persönlich reden das kann ich auch ganz gut erst seit Monster on the Rise wird sich irgendwo diese Upload-Dinger mit einordnen wir haben das ja schon gemacht bei Monster on the World Demo haben wir wir haben das auch schon bei der Monster Hunter Generations Ultimate Demo gemacht glaube ich ja ähm das heißt ich nehme an das wird sein wie jedes andere Monster Hunter Demo du hast da 2-3 Quests die du machen kannst du machst da hast du Spaß bei toll kannst verschiedene Waffen benutzen da werden wir mal ein bisschen durchgehen gucken was neu ist äh der Standard-Twist dabei äh zudem habe ich gelesen man kann schon einen Multiplayer machen äh dementsprechend werde ich da wahrscheinlich auch jetzt sollte ich es ankündigen ne nächste Woche habe ich Zeit nächste Woche Streams davon machen ähm dass wir es dann Multiplayer ausprobieren können ich werde versuchen im Laufe der Woche äh das Singleplayer zu machen und dann langsam hochzuladen und dann Samstag, Sonntag nächste Woche irgendwann davon Stream machen ich werde im Community Tab euch Bescheid geben wann es ist dann habe ich jetzt keinen Druck ne random Ankündigung zu machen und äh ihr wisst sicher wann es ist weil es steht irgendwo gut ähm das heißt Monster Hunter Rise wird auf jeden Fall die Demo durchgesuchtet weil die Frage kam jetzt auch schon ein paar Mal ja natürlich bin ich gehypt auf Rise ähm es hält sich tatsächlich so sehr an Grenzen dass es nicht so hoch ist wie damals bei World bei World war ich hart gehypt weil die Grafik so scheiße geil aussah Rise ist wieder so ähnlich wie bei vor Ultimate und Raisins Ultimate wo du denkst ah es ist ein 3DS auf eine Switch importiert äh aber ähm was das ganze so ein bisschen counteractet ist tatsächlich dieses Reiten also ich hatte jetzt bei mir immer so okay ist ein neues Monster Hunter probiere ich auch es könnte cool sein äh jetzt habe ich letztens den Trailer gesehen äh mit Monster Reiten also nicht so von ho ich bin auf hier drauf und stech in dich ein weil ich das so schön kann sondern einem hm ich habe hier Käfer da geht einer hin da geht einer hin du bist meine Mensch auf geht's ich bin ein Radaross ähm das wird sehr witzig nehme ich an und äh da freue ich mich sehr darauf dass wir nicht unbedingt mal ausprobieren ich hoffe es wird geil und ich hoffe die Strategie wird auch viable dass du erst irgendein random Monster zusammen klopfst und dann mit dem zusammengekloppten Monster wo du Dominanz gezeigt hast das kann ich nicht mehr so mit Andreas ich muss ihm eine Switch kaufen ähm gegen ein anderes random Monster gehst um das zusammen zu schlagen ich habe schon vor einigen Jahren dieses tolle Video bestimmt vor 10 Jahren rausgekommen Monster Hunter ist Pokémon für Erwachsene und wir sind mit diesem Spiel diesem Ergegnis einen großen Schritt näher gekommen was ich super finde ähm ja da freue ich mich sehr drauf da bin ich sehr gehypt drauf und das werden wir mal ausprobieren wie cool das ist wo ich auch noch drauf gehypt bin kommen wir zu dem Teil des Videos von Let's Plays die ich gerne mal machen wollen würde wer weiß ob sie jemals kommen bei Zeit ähm Pokémon Snap ähm Oh Snap denkt sich der der ein oder andere für den NES kam das glaube ich als aller erstes raus und da war ich zu jung und zu dumm es zu verstehen also ich war wirklich jung und dumm ähm brauchst du das Geld und deswegen die Bilder und ich war bei meinem Cousin der hatte halt so eine NES ich glaube das war Gamecube keine Ahnung auf jeden Fall für mich war die Steuerung zu kompliziert zu unhandlich ich hatte Spaß dran aber nicht so viel wie ich hätte haben könnte wäre ich schlauer gewesen ich hoffe ich bin schlauer geworden jetzt groß und stark und mächtig und ähm why am I like this und ähm because it's fun und ähm hin und brechen werde ich Pokémon Snap spielen äh ich werde wahrscheinlich auch ein Let's Play zumindest einen Letztest davon machen weil ich denke das Spiel könnte sehr sehr witzig sein weil wieder keine Ahnung zum zuschauen witzig ist aber zum Spielen auf jeden Fall und wo wir gerade bei dieser Rubrik sind die gerade ankündigt wurde ich habe natürlich immer noch nicht vergessen dass ich Digimon World Next Order durch streamen muss bevor Digimon Survive rauskommt übrigens erinnert ihr euch an die Zeit wo Fire Emblem Free Houses rauskam und ich irgendwie gefühlt für 3 Monate Urlaub hatte weil ich das gezockt habe und gestreamt habe ungefähr so wird es bei Digimon Survive nur härter denn Digimon Survive ich weiß die meisten sind eher Pokémon Fan die denken sich oh Digimon vor die Abklatsche und so aber nein ähm es ist grundlegend was verschieden ist es zumindest grundsätzlich gibt es auch Unterschiede äh ich mag beides und ich mag auch Digimon bin ein großer Fan von Digimon Survive ist halt Digimon gepaart mit Fire Emblem heißt ein Taktik-RPG mit Permadeath Aspekt nun bin ich gehypt darauf wir haben es jetzt schon 2-3 mal verschoben sollte eigentlich im Dezember 2020 rauskommen kam es jetzt nicht jetzt ist es Frühjahr 2021 mal sehen wenn es rauskommt werde ich es durchzocken und halt so 24-7 ähm 365 machen bis ich durch habe vermutlich ähm zumindest fühlt sich das momentan so an wie ich gehypt bin vielleicht nehme ich da auch Urlaub habe ich bei Xenoblade Chronicles ja auch gemacht und das ist auch so ein Spiel was nochmal weiter streamen müssen also ich habe scheiße viele Streamprojekte ich würde nur sagen da geht es jetzt weiter ich habe die nicht vergessen sie sind immer noch dabei wird gemacht ich würde nur mal ankündigen ey yo I'm back bitches zwinker zwinker smiley hab ich noch irgendwo eine Orangie rum ich kann eine Gurke euch in die Kamera zeigen mmm because I'm back bitches egal die Anspielung verstehe auch nur ich weil ich zu viel auf Tinder unterwegs war unerfolgreich aber auf Tinder unterwegs war ähm man lernt so einige Dinge da zum Beispiel dass es sehr viele Leute gibt die reisen mögen und die kreativ sind und die Musik mögen und die kreativ sind you know what I mean gut und äh damit habe ich mal wieder äh mehr gesagt als nötig war ich hoffe ihr habt verstanden was ich das sagen wollte täglich Divinity einmal die Woche Monster Hunter Ultra Hardcore sagt mir was ihr noch haben wollt ähm welches Letztest soll als erstes kommen und das sind zu viele Fragen vor allen Dingen weil sie die YouTube die scheiß Infopool Fragen rausgenommen haben war mein liebstes Feature und YouTube so gecancelt was soll ich jetzt machen? euch persönlich Fragen? eine Strawpool Fragen wieder erstellen wo irgendein Bot meint aha ich wähle 800 mal Minecraft okay ähm ich schweife ab und das war übrigens auch eine Anspielung die Leute die irgendwie 4 Jahre auf meinem Channel sind noch verstehen könnten ist okay kann man mal machen gut also nichts und so trotz Uploadplan äh offiziell 11 Uhr Divinity 15 Uhr Freitags immer ähm Ultra Hardcore die letzten Tage dürft ihr jetzt bestimmen suche ich mir aus kommt noch was ich wollte nur Bescheid geben Dinge kommen freut euch wird hoffentlich witzig und damit adios Amigos und hoffentlichst auf wiederhören ich sollte mir wirklich irgendwann mein Skript schreiben was ich in solchen Videos sagen will jetzt mal wiederhören bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal